Haarfarbe, braun, Augenfarbe, blau. Bin doch gut, oder? Okay. Nenne mir den Namen von einem Freund aus dem Internat. Gab's da nicht mal einen... Leon? Das war im Kindergarten. Du hast ein ziemlich gutes Hirn. Also mach was aus deiner Marokko-Reise. Schau zu, dass du besser lebst. Freut er sich denn? Heinrich, pass auf den Jungen auf, ja? Paula, möchte endlich mal ihren großen Bruder kennenlernen. Jetzt erzähl mir doch nichts von meiner Schwester. Ist dir doch völlig egal, was die fehlt. Oder was ich will. There's nothing to do here for me, Marokko. There is a lot you can do, Marokko. The problem is a father. What is your name? Ben! You have to go. No, go! Je cherche un garçon allemand de 17 ans. Meinst du es, Kinder, wo zum Teufel bist denn du? Bin mit einem Mädchen unterwegs. Ich will in die Wüste. Die Zeit, dass wir heimkommen. Wir waren jetzt das Mädchen, mit dem du da unterwegs warst. Karima aus Marrakesch. Nicht jeder Vater, der um sieben bei seinem Kind auf der Bettkante sitzt, ist deshalb zwangshäufig ein guter Vater. Aber du bist einer oder was? Wenn du mich lassen würdest. Bevor ich losgefahren bin, da hat es unser Schulleiter zu mir gesagt, dass ich was erleben soll auf der Reise hier. Juhu! Das ist mir nur gelungen. Du hast es ja wohl nicht geschafft. Was? Das Großwerden. Ich war auf keiner Schule, Mr. President. Ich komme von der Baumwollplantage. Jetzt macht's schon weiter! Vor dem an musst du dich in Acht nehmen. Das ist seine Welt. Und wir leben nur drin.